Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for the Sword unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Achievement Schiefgewickelt und für dieses müssen wir Mechimba, den Balsamierten auf dem Schwierigkeitsgrad, mythisch bezwingen, ohne dass er das Wirken von Sargöffnen abschließt und ohne dass Spielercharakter mehr als einmal an der Tür rütteln, wenn sie bestattet werden. Ja, eigentlich relativ simpel, ihr müsst den Boss möglichst schnell runterbrennen, dass ihr das möglichst nur einmal bis keinmal spielen müsst, also sprich diese Sargphase, das hilft auf jeden Fall. Deswegen haben wir unseren Heiler hier einfach auf Eule gehen lassen und hatten aber dennoch eine Sargphase. Wichtig für euch ist, dass ihr am besten diese Särge alle einmal markiert mit Marks, dann sieht nämlich der Spieler, der in den Sarg kommt, ein bisschen besser, welches Mark er ist, kann das ansagen. Und vor allem kann man sich ein bisschen besser koordinieren. Es wird einfach ein Spieler in den Sarg reingesetzt, der darf wirklich nur einmal diesen Extra-Button drücken, dass er rüttelt, dann sieht man nämlich auch, wo er drin ist, beziehungsweise der Spieler kann dann auch selber sagen, wo er drin ist. Man holt ihn raus und klatscht den Boss um. Wenn es zu lange dauert, den Spieler rauszuholen, dann öffnet der Boss den Sarg und man kriegt das Achievement nicht. Und wenn man zu oft rüttelt oder halt mehr als einmal rüttelt, dann ist das Achievement auch verkackt. Eigentlich eine einfache Sache. Wenn ihr extrem viel Schaden habt, könnt ihr quasi auch durch DPSen, ohne dass ihr dementsprechend irgendwas mit den Särgen machen müsst und kriegt so euer Erfolg. Ist dann einfach die Sache vom Equip, denke ich mal, mit der Zeit. Gut, das war es soweit mit dem Achievement Guide. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.